Ich bin René Staud und das ist das Making-of des Aston Martin Vanquish. Ich sehe den Vanquish als solitär und so wird er auch inszeniert. Das Vanquish Design ist typisch Aston Martin, aber viel ausgeprägter wie bei den bisherigen Modellen. Die Form fließt wie bei keinem anderen Aston Martin Modell. Die Form fließt wie bei keinem anderen Aston Martin Modell. Das ist die Form fließt wie bei keinem anderen Aston Martin Modell. Die Form fließt wie bei einem anderen Aston Martin Modell. Bis zum nächsten Mal.